So, und es geht doch direkt weiter mit Zelda Link to the Past und wir gehen erstmal unten lang. Soll ich... Okay, ja okay, ja okay. Okay. Ja okay, okay, ähä. Okay. Was? Ich wollte schon sagen. Ähm, ah da. Okay. Okay, hätte ich jetzt den anderen Schlüssel, müsste ich da nicht lang gehen, aber egal. Ich will da nicht lang. Und ich muss da lang, aber nur einmal zum Glück. Ich hab jetzt echt was gegen Mumien. Geh weg. Kack Mumie, ey. Oh Gott. Okay. Okay. Ich ahne irgendwas Schlimmes. Muhaha. War das nicht schlau? Okay. Wir sind wie immer ein geiles Bunny und dort auch nicht. Schade. Und der Tempel neigt sich dem Ende Ja Da ging es doch lang Oh Gott Na endlich Erstmal den hier weg Ja nehm ich mit Okay und los Oh wir bauten hier schon so ein Ding ein Okay Was erwartet uns nun Oh nein ey Ne 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 will ich Haben will haben will haben will Oh die auch schon wieder Okay Das gefällt mir nicht Nicht runterfallen Nicht runterfallen Okay Okay Da ist mir jetzt egal was da unten drin ist Ich gehe weiter Ja Okay Okay Was war das Okay Ja 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 Okay Erstmal alle Gegner weg Oh man Oh Gott Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Ja 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 die Magieflasche kommt etwas zu früh Geh weg Geh jetzt weg man Oh Gott Nein Nein So Okay Und los Zack 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 Und rein Okay 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 Gut Erstmal Gegner weg Gegner weg Oh man Ja komm Oh ich kotze gleich ey Voll Anfall Ja klar Also so langsam wird es echt an die Grenze gehen ey Leg ey Willstens sind die Herzen nochmal da So Oh das schon wieder Oh Mann Ach Die gehen direkt kaputt Wie cool ist das denn Ne die sammle ich gleich erst ein Gehst du aus Bleib an Sogar volle Magie Geil So und ich hab da jetzt kein bock drauf ich suche jetzt den richtigen Weg Ich glaube das ist hier Ne doch was Okay auch gut Oh nein 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 Komm Och Mann Ja klar ey Verpiss dich Oh sorry Für Ich jetzt gerade ausraste aber Langsam wird es echt nervig mit den Gegnern Okay Was ist hier Da kann man auf jeden fall runter Feile Feile Magie Ich glaube das ist schon der Endboss Ja es ist es So weshalb ich die blau magie flasche habe ist deswegen Man kann ihn auch schlagen aber ich mach so Das macht mehr schaden an ihm Oh ich darf nicht sterben Oh ich darf nicht sterben Aber ich weiß was mehr schaden macht als der Boss Der lag Okay So jetzt bin ich echt vorsichtig Und mach das so Okay war es doch schon wunderbar Und die dritte weise befreit wunderbar Ja Link Link Ich danke dir Du hast mich aus den Clownia Monster befreit Hast du von der Prophezeiung der großen Zerstörung gehört Hier was ich darüber weiß Wenn ein Wesen mit bösem Sinne über die Macht des Trifers verfügt Naht die große Zerstörung Die Legende erzählt auch Aber auch Dass dann Das Dann ein Held kommt Der gegen das Böse kämpft Dieser Held wird ein direkter Nachfahre der Ritter von Hyrule sein Nicht wahr In deinen Adern fließt das ritterliche Blut Dann musst du Zelda retten Dich erwarten viele Prüfungen bis du der legendäre Held bist Das bin ich jetzt schon Hast du alles verstanden Nee Möge der Weg des Helden zum Trifers führen Ausrufezeichen Ja Damit haben wir den dritten Tempel hinter uns Und weg von diesem Wald Ey Ich bin hier nur noch weg Am besten so schnell wie möglich Ach wisst ihr was Ich mach das anders Ach ich muss auch nochmal Sachen kaufen gehen Das werde ich jetzt auch alles machen Also wir sehen uns vor dem Eingang des vierten Tempels Bis dann